So, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal. Sgt. Power hier im Start, ja Freunde, Freunde des guten Geschmacks. Forza Horizon 1, Video Nummer 113. Wir müssen hier mal weitermachen, schon eine Weile her, wo ich da gespielt habe. Ja, doch gleich mal vorweg, gleich mal zum Anfang den Verweis auf die unbezahlte Werbung. Aufgebockt, The Dye Garage, die Mietwerkstatt in Goy-Felden. Einfach in der Videobeschreibung auschecken, anrufen, Termin ausmachen, hinfahren, auf die Hebebühne, am Auto schrauben, Teile wechseln, reparieren. Und von der Hebebühne bezahlen, die angefangen in der Stunde 25 Euro unzufrieden nach Hause fahren. Und weil man alles selbst gemacht hat und nicht von einer Werkstatt über den Tisch gezogen wurde. Und zum Anfang würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mich mit einem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen. Schon seid ihr in der Power-Army. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingt, dann wisst ihr ganz genau. Sgt. Power ist am Start. Sgt. Power ist ein Video geladen. Sgt. Power ist all aus dem Game. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand ein Trinkgeld da lassen möchte, dann auf www.paypal.me oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen. Ja, meine Freunde. Wir haben ja das letzte Goldene Rennen gefahren. Das heißt, jetzt fahren wir die Straßenrennenserie, die wir hier noch offen haben. Da sind noch ganze 10 Rennen. Da müssen wir hin. Jetzt gucken wir erstmal, was hier am nächsten dran ist. Das ist am nächsten dran, ist natürlich hier. Ja, schnell reiß ich hier hin. Genau. Dann müssen wir auch noch gucken, die letzten Tafeln, die uns noch fehlen. Wow, ist das laut. Dann fehlen uns noch ein paar Tafeln. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir die Rally Session fahren können oder nicht. Wenn wir schon gesagt wurde, die wäre nicht mehr verfügbar, da die Server offline sind. Aber das schauen wir dann. Jetzt fahren wir erstmal zu der Straßenrennserie. Und dann gucken wir mal. Links halten. Boom, wechseln sie die Punkte. Okay. Dann fahren wir einmal hier rum. Oh, das ist mal eine schöne Drift. Genau. Genau, hier müssen wir rein. So. Da machen wir natürlich wieder zwei Teile draus. Und dann schauen wir mal. So. So. Ultimative 1-Eid. 1-Eid-Pichern. Du willst ernst machen. Such dir ein Rennen aus und dann geht's los. Ja, genau. Abenddämmerung. Biomart Limits Glatstone Cell Tower. Fahren wir. Da kannst du mitmachen? Nee. Wohl kaum, Kumpel. 9,0, 9,4. Fahren wir mit dem Lexus, genau. Müssen wir ja. Wollen ja auch mal fertig werden mit dem Spiel. Und dann müssen wir das nächste fertig spielen. Und ja, müssen wir unsere ganzen Spielleichen beginnen, fertig zu spielen, die wir schon angefangen haben. Darunter auch GTA 3. Die Typen sind nicht zum Spaß hier, jo. Der Sieger kriegt die Kohle. Ja, die kriege ich. So, Rennen starten. Das scheiße ich auf die ganzen Punkte, die man hier ja kriegen kann. Denn, äh, wir wollen ja nur gewinnen. So, auf dem dritten sind wir schon mal. So, nochmal einen weggehauen, genau. Jetzt haben wir noch Loppes vor uns. Der Loppes. Dann schnappen wir uns auch noch. Ja, ich bin jetzt 3000 Kilometer eksam gefahren. Jetzt muss ich mich da erstmal wieder reinfinden. Haha. So, hauen wir dich, du Schwanz. Du, Ohrschluch. Mir gebührt der erste Platz. Mir alleine. Oh, Sauhund. Weg da, genau. Ah, den Sieg, den holen wir uns. Auf jeden. Muß, muß. Boah. Ich mag gar nicht mehr, der Koffe. So. Erste Rennen vorbei. Jawohl. Fortsetzen. 50.000 Credits. Plus Bonus 60.000. Möchten ja, nein, wollen wir nicht. Wir wollen nicht mit dem Lexus weiterfahren. So, das war Rennen Nummer Uno. Gehen wir gleich ins Nächste. Wenn wir die Straßenrennserie fertig haben, holen wir uns den Champions. Komm schon, wir fangen gerade erst an. Ja. Gut. Da willst du mitmachen? Nee. 7.1, 9,0. Das sieht ja besser aus. Mit 9,1. Wir merken uns mal den Lamborghini. Ja, wir fahren mit dem Lamborghini. So. Und wir holen uns die Kohlen. Siegen muss man hier, Mann. Alles andere ist egal. Ja, Rennen starten. Los geht's. Let's go. Ich fahre euch alle davon. Noch sind wir auf dem siebten. Aber gleich sind wir auf dem ersten. Genau, verpiss dich. Na schön, sind wir auf dem fünfsten. Das erste. Was ist jetzt los? Hallo? Hä? Ist doch angeschlossen. Was war das jetzt? So ein Fail, Alter. Schließen Sie die Kontrolle wieder an. Ist doch angeschlossen hier, selbst. Alter. Ist ein fremder Kontrolle verbunden gewesen? Also, keine Ahnung. Kann ich mir nicht vorstellen. Oh, davon gekommen, Medaille. So, wir nehmen hier jetzt eine Abkürzung. Bonbon. Einfach überholen. Ui, ui. Großartiger Drift. Sprung. Dang, wechseln Sie die Punkte. Wechseln Sie einen kleinen Rändler. Ist das assi? Egal. Es geht ja jetzt nicht um Punkte, es geht ums Gewinnen. Ums Gewinnen. Wir sind ja schon auf dem ersten Platz. Von den Punkten her. Aber wir gucken noch, was möglich ist. Ein paar Punkte kommen immer noch rein. Die uns gar nicht interessieren. Davon ist es Ziel. Boom. Rennen Nummer 2 von der Straßenrennen-Serie hier erledigt. Und das ist hier auch noch der Oberschenkel. So, fortsetzen. Wir machen 50.000 80 Credits. Nein, wollen wir nicht. So, wir gehen ins nächste Rennen. Hey, was geht ab? Guck mal. Hä? Mehr sagst du nicht? Nur, was geht ab? Okay. Rennen Nummer 3. Gehen wir rein. So, jetzt gucken wir mal. Willst du mitmachen? Nee. Wohl kaum, Kumpel. Da schwärzt du mal einen Scheiß drauf. So. Okay. 8,99, 9,3. Ich glaube, da fahren wir wieder mit dem Lexus, ne? Genau, mit dem Ferrari fahren. Und da hat Geschwindigkeit nur 8,5. Es geht um Geschwindigkeit und Beschleunigung. Wir fahren mit dem Bugatti. Der hat gut Geschwindigkeit. Da geht was. Rennen Nummer 3. Schön. Der Sieger kriegt die Kohle, wir wissen es. Ich habe hier einen Haufen Kohle für den Sieger. Sieh zu, dass du es bist. Ja, wollen wir doch. So können wir sie auch nach vorne mogeln. Oh, die Strecke ist ekelig. So. Schön. So, wir kriegen noch einen Lackschaden. Besser als einen Dachschaden. Und dann haben wir sowieso. Seit mal vom Urlaub zurück sind. Kommt mal vom Urlaub zurück, muss man sich auf den deutschen Straßen wieder aufregen. Und kriegt ein Dachschaden. Und dann haben wir da gekriegt. Weil die Deutschen kein Auto fahren können. Oder in Deutschland kann kein Auto fahren. Oder die wenigsten. 2.800 Points. Aber ob sie das schiedet sich, der Heckspoiler. Heieieiei. Es geht mit dem Sportwagenfahrer als letztes durch den Kopf beim Unfall. Man, der Heckspoiler. So. Wieder ein Rennen abgeschlossen. 62.88 credits. Nice. So. Nein, wollen wir nicht. Gut. Können wir gleich ins nächste Rennen. Oder willst du alle durch auf die Schnelle? Ne, machen wir nicht. So. 1, 2, 3. Drei Stück haben wir gefahren. Kommt jetzt Rennen Nummer 4. Dämmerung Reservoir-Track. Da willst du mitmachen? Ne. Wollen wir mal was für ein Auto brauchen wir? Ne. A-Werber. 6,9, 8,5, 7,1. Ne. Wollen wir kaum Kumpel. 8,4, 8,1. Wir fahren wieder mit dem Lamborghini. Oder Lamborghini. Rennen Nummer 4, meine Freunde. Rennen Nummer 4. Das vorletzte Rennen in diesem Video. Rennen Nummer 4 der Straßenrennserie. Der letzten Straßenrennserie. Ich erwarte in dem Spiel gar nichts mehr. Das ist genauso wie bei IFC. Da erwarte ich auch nichts mehr. McDonald's. Oh, McDonald's. McDonald's. Oh. Geh ich zu nach hinten? So. Rettig. Du auch nach hinten? Jawohl. Hat es gerade geknallt. wo kommt denn der herr so mccormack ab nach hinten mit ihr genau kyle auch ua du fahrzeuge schon du ja ja danke du fahrzeuge ins weg fahren so kiel nach hinten wie dir aus sagt mit mir jungs jetzt muss ich zurück spulen da muss ich zurück spulen bei der egerlichen kurve muss ich ganz anders nehmen also genauso so ist das beste scheiße auf die points ja ich weiß die straße nicht mehr auswendig wenn man eine weile nicht mehr gefahren hat dann so was habe ich in italien auch gehabt aber nicht den remblatt sondern so abzweigung richtig schön vollgas mit 60 durch konnte wird sich beschädigt aber auch italienische straßen so eng wie die sind ist es schnell gerade die landstraße ihr habt ihr die videos sehen die reise videos hoffe ich doch mal doch mal gut doch 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 noch mal ein mitnehmen genau das muss sein so 1200 punkte extra weil und der renner abgeschlossen so ein renner noch so fortsetzen aber nicht bis sie da sind so ein 60.000 auch so schön nein wollen wir nicht immer wieder fragt das immer wieder wird gefragt wir wollen es auch nicht nein wir wollen das nicht ja rabattschilder die müssen noch normal so rennen nummer fünf oder 1 2 3 4 jawohl renne nummer fünf dämmerung tunnel charge 8,9 8,7 9,7 8,7 wir fahren mit einem bugatti rennen nummer fünf im bugatti aber mir nicht voll mit fahrhilfen so rennen starten ach jetzt habe ich glaube nicht angehört egal macht nix an 9 freigeschaltet windschatten schön das ist eine windschatten auch mal abschließend so deswegen haben wir uns meine windschatten ach du arschloch hat er gerade gebremst oder was wo ich ihn eben war das wären so schöne points gewesen gerade wo noch ein lachschaden mitnehmen genau das war auf 14.000 punkte freunde 14.000 punkte letztes rennen in diesem video wo waschloch entgegen kam du da waren sie weg die punkte für den kleinen rembler hier ein macht nichts noch sind auf dem ersten noch sind auch das wenn sie bleiben du arschloch mir voll in den weg der penner und wieder ein sieg für mich sehr schön fortsetzen nein wollen wir nicht so gut ja freunde das war das fünfte rennenteil eins der straßenrennserie ist natürlich wieder so das war dann nun teil eins der straßenrennserie ja meine freunde dann würde ich sagen das video ist beendet wenn es euch gefallen hat daumen nach oben da lassen wenn ihr mich mit dem kostenlosen abo unterstützen und einfach den abo knuff betätigen schon seit der power armee da noch die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen wenn es bei euch gelingt dann wissen wir uns genau sagen power ist am start sachen bauen video geladen sachen power ist lost im game und wenn ihr mal im live-stream dabei sein wollt dann auf www.twitch.tv slash xsgdxpower oder link in der video beschreiben nutzen und wenn jemand drin gelder das möchte dann auf www.baypal.me slash xsgdxpower oder auch da der link in der video beschreibung nutzen ja meine freunde jetzt bleibt mir aktuell nichts mehr zu sagen dann außer lasst euch nicht ja gar nicht von der menschen beißen wenn ihr schlafen geht lasst die hände über der bete gespielt ich dann euch selbst rum lasst eurem partner machen alles andere ist ökelhaft ich bin dann raus wir sehen uns im nächsten video im nächsten live stream wieder macht's gut und bis dann a ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020